Ihr habt euch gewünscht, dass wir auf das Thema Scouting nochmal detaillierter drauf eingehen und das Ganze machen wir auch heute. Wir schauen uns die Scouting-Aufträge an. Wenn ihr auch noch weitere Video-Wünsche habt, schaut gerne mal im Link in der Videobeschreibung dort. Gelangt ihr in den Discord rein und könnt dort eure Wünsche oder aber auch natürlich in den Kommentaren eingeben. Habt ihr den FM24 bisher noch nicht gekauft, dann schaut doch gerne mal bei meinem Partner in Neba vorbei. Dort bekommt ihr das Spiel aktuell sogar für 32,51 Euro. Ansonsten findet ihr aber auch noch weitere PC-Spiele sowie auch Xbox- oder PSN-Karten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe auch bereits schon einige Videos zum Thema Scouting hochgeladen. Wenn ihr generell auf der Suche seid nach einem Tutorial oder irgendwas im Football Manager, wo ihr euch nicht sicher seid, ob ich dazu ein Video gemacht habe und ihr keine Lust habt, meine ganzen Videos einzeln durchzuklicken, dann könnt ihr einfach hier in der Suche auf meiner Kanalseite den Begriff eingeben, wie zum Beispiel jetzt hier Scouting. Und dann werden euch auch direkt alle Videos angezeigt, die ich zum Thema Scouting gemacht habe. Und da seht ihr, da sind schon einige Videos erstellt worden und die könnt ihr euch heute auch noch alle ohne Probleme anschauen, denn die gelten, auch wenn sie für ältere FMs erstellt wurden, heute noch genauso wie früher und sollten euch immer noch sehr weiterhelfen. Starten wir jetzt aber endlich mit den Scouting-Aufträgen, die mittlerweile Scouting-Focus heißen. Heute auch nochmal mit Facecam. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren. Ich habe es zuletzt immer ohne gemacht, da die Facecam nicht die beste ist. Wenn ihr aber sagt, euch gefällt das Ganze mit Kamera besser, schreibt mir das bitte sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich mir auf jeden Fall noch eine bessere Kamera zulegen und auch in Zukunft die Videos nochmal so gestalten. Wir schauen uns jetzt aber an, was wir für Möglichkeiten im Scouting-Focus haben. Zunächst mal sehen wir hier Scouting-Aufträge, die erstellt wurden. Die wurden aber nicht von mir erstellt, da ich hier einen neuen Save gestartet habe. Das bedeutet, das hat alles mein Sportdirektor gemacht und da könnt ihr auch als erstes direkt mal entscheiden, ob das euer Sportdirektor weiter machen soll oder ob ihr das Ganze vielleicht selber machen möchtet. Dann könnt ihr hier entweder delegieren oder übernehmen. Ich mache die am liebsten immer selber und setze die Scouting-Aufträge so, dass jeder Scout durchgehend beschäftigt ist. Und das ist mir immer ganz wichtig, denn so haben wir die Möglichkeit, nach einem bestimmten Schema unsere Scouting-Aufträge so laufen zu lassen, dass wir im Idealfall entweder durchgehend für jede Position am Scouten sind, das ist Variante Nummer 1, oder durchgehend in verschiedenen Ländern nach Spielern am Schauen sind. So, dass wir jederzeit, wenn uns ein Spieler verlässt, den passenden Spieler parat haben, den passenden Spieler direkt finden. Natürlich müssen wir auch häufig dann selber nochmal gucken, was gibt es sonst noch für Alternativen. Aber wir können im Notfall immer direkt reagieren und müssen nicht erst dann reagieren, wenn uns ein Spieler verlässt. Und deshalb ist mir das immer sehr wichtig. Wir gehen dafür jetzt einmal auf einen Scouting-Auftrag drauf, also Scouting-Fokus erstellen. Dann habt ihr zunächst die Möglichkeit, zwischen Positionen zu entscheiden, wo ihr nach einem Spieler sucht. Also Option Nummer 1 habe ich euch ja genannt. Ihr sorgt dafür, dass ihr auf jeder Position durchgehend am Suchen seid. Oder ihr sagt, die Position ist mir egal, ich will in einer bestimmten Region scouten oder nur nach Talenten oder sonstigem. Was habt ihr dann hier noch für Möglichkeiten bzw. was mache ich eigentlich fast immer? Und das ist bei der Priorität auf Laufen zu gehen. Denn ich möchte, wie eben gesagt, Scouting-Aufträge haben, die für die Zukunft wichtig werden, wo ich jetzt nicht Spieler sofort brauche. Wenn aber mal die Situation ist, dass ich einen Spieler sofort brauche, dann kann man natürlich hier auch Priorität top machen. Dann gehen direkt zwei Scouts auf die Suche und sorgen dafür, dass du ziemlich schnell auch dort ein Ergebnis erzielt. Jetzt Standard bedeutet, der Scout geht auf die Suche, hört aber dann irgendwann auf. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange der Scout dann sucht. Also ich mache eigentlich immer laufend. Wenn es mal brenzlig wird, kann man top nutzen. Aber tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich kurzfristig einen Spieler brauche, gehe ich selber auf die Suche und filter mir da eine bestimmte Anzahl an Spielern raus, die ich dann für eine Woche scoute. Also so mache ich das eigentlich. Also heißt, normalerweise nutze ich hier immer nur Priorität laufend. Jetzt gibt es drei verschiedene Arten von Spielern, die ich über die Scouting-Aufträge finden will. Einmal ist es das Thema Talente. Das ist der größte Bereich, dort wo ich die meisten Scouts hinschicke. Dann gibt es einen Scout, der immer nach vertragslosen Spielern schauen soll, um da einfach nach dem Schnäppchen zu suchen. Und ein Teil der Scouts sucht nach gestandenen Spielern aus Top-Ligen. In kleineren Ligen ist es so, desto kleiner die Liga ist, desto jünger stelle ich tatsächlich das Alter ein. Denn desto kleiner die Liga ist, desto eher sind die Spieler mit einem jüngeren Alter aus der Liga schon draußen. So Nationen wie Niederlande, Portugal, Belgien. Dort stelle ich meistens 24 ein, weil dort die Talente auch in einem höheren Alter häufig in den Ligen noch vertreten sind. Und das kommt natürlich dann auch immer darauf an, mit was für einem Verein spiele ich. Mit einem Erstligisten spiele ich mit einem Zweitligisten. Kann man auch in kleineren Ligen natürlich die Spieler ein bisschen älter sein lassen, weil die dann für uns vielleicht doch noch mal interessanter sind. Beim Potenzial stellt es immer so eine derzeitige Fähigkeit 2 Sterne, potenzielle Fähigkeit 4 Sterne. Damit wir auf jeden Fall Spieler bekommen, die uns zumindest mal in Zukunft dann sehr weiterhelfen sollen. Und als nächstes möchten wir dann das Land auswählen. Die vertragslosen Spieler dort stelle ich kein Land ein. Da lasse ich einfach das Ganze ohne eine bestimmte Region zu nutzen laufen. Bei den anderen Spielern ist das dann schon spezifisch. Hier kommt es dann auch wieder darauf an, erstmal wie viele Scouts habe ich und welche Scouts habe ich. Also heißt, natürlich habe ich einen Scout, der sich in dem Land überhaupt auskennt oder hat der Scout zumindest mal eine gute Anpassungsfähigkeit. Das ist wichtig. Also wenn ein Scout sich in einem Land noch nicht auskennt und noch keine Scoutingkenntnis hat, braucht er zumindest mal eine hohe Anpassungsfähigkeit, um dort trotzdem gute Spieler zu finden. Und dann, je nachdem wie viele Scouts ich habe, stelle ich die Bereiche so ein, dass es dann eine Region ist oder eine Nation oder vielleicht schicke ich den auch in zwei, drei Nationen in einer bestimmten Richtung. Am liebsten scoute ich natürlich in Südamerika, Argentinien, Brasilien. Dort findet ihr immer sehr, sehr gute Juwele. Wir stellen das Ganze mal hier ein, geben also Brasilien ein und dann ist natürlich wichtig, dass wir einen Scout zuweisen. Wenn wir hier nichts eingeben, wird irgendjemand oder vielleicht auch verschiedene Scouts dort auf die Suche gehen. Wir möchten aber selber entscheiden, welcher Scout dort hingeht, weil es auch ein Scout sein soll, der sich natürlich dort auskennt. Ich weiß nicht, ob es im Standard-Skin auch so ist. Hier im SARS-Skin könnt ihr einfach hier drauf gehen, dann seht ihr direkt den Scout, geht auf Kenntnisse und seht, in welchen Ländern sich der Scout auskennt. So könnt ihr ganz schnell entscheiden, welchen dieser Scouts ihr nutzen wollt. Ich habe hier schon einen brasilianischen Scout verpflichtet. Den können wir direkt für Brasilien natürlich holen und so könnten wir das Ganze dann einstellen. In Brasilien gehe ich meistens auf 21, 19 Jahre, weil dort die Talente doch recht schnell schon weg sind, vor allem für den SSC Neapel. Da möchten wir absolute Top-Talenten haben. Ihr könnt jetzt hier auch noch einen bestimmten Analysten wählen, doch da lasse ich eigentlich meistens das Ganze auf Beliebe. Denn der Analyst ist für mich jetzt nicht so aussagekräftig, um zu entscheiden, ob ich einen Spieler möchte oder nicht. Ich schaue mir die Analyse-Daten zwar an, aber letztendlich ist es nicht so, dass ich mir genau anschaue, was der Analyst zu dem Spieler sagt. Die Daten sind ja immer gleich. So würde also jetzt bei mir ein Scouting-Auftrag für Brasilien aussehen. Ich speichere das Ganze auch immer unter dem Namen des Landes, wo ich dort scoute, ab oder der Region, wo ich scoute, damit ich immer später auch weiß, wenn ich das Ganze bestätige, in welchen Ländern habe ich schon meinen Scouting-Fokus, um da einfach später eine bessere Übersicht zu haben. Ihr könnt hier immer wieder reingehen und das Ganze bearbeiten und natürlich auch alles, was jetzt euer Sportdirektor gemacht hat und was ihr alles nicht haben möchtet, könnt ihr hier dann auch komplett entfernen. Argentinien hatte ich wohl schon erstellt, muss ich später mal drauf schauen. So habt ihr dann später nur die Scouting-Aufträge, die ihr wirklich haben möchtet. Ich habe das Ganze jetzt mal so eingestellt, wie ich es für den SSC Neapel mit 17 Scouts machen würde. Wir gehen jetzt auch mal ein paar Scouting-Aufträge durch. Also zunächst habe ich das Ganze dann so aufgeteilt, dass ich 5 Scouts für die Top-Spieler, also für gestandene Spieler investiere, die dann nach Spielern in den Top-Nationen suchen, also Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, England, die Top 5 liegen eben. Hier gehen wir auch mal in den Auftrag rein. Ich habe es da tatsächlich so gemacht, dass wir Deutschland und die Bundesliga dann scouten. Das kann man dann auch entweder nur Deutsche oder nur Bundesliga machen. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, was ihr für sinnvoller oder besser haltet. Die derzeitige Fähigkeit liegt bei 2,5 Sternen, potenzielle Fähigkeit 3,5 Sterne, damit gegebenenfalls vielleicht auch noch ganz gute Talente, die schon eine ordentliche derzeitige Fähigkeit haben, hier mitgesucht werden. Ein Alter, maximal 30 Jahre, könnt ihr vielleicht noch runterschrauben, wenn ihr sagt, einen 30-jährigen Spieler, den will ich gar nicht im Verein haben. Bei mir ist das auf jeden Fall noch okay. Wenn es einen guten 30-jährigen Spieler gibt, dann hole ich den auch gerne in meinen Verein. Ein Scout soll nach Spielern suchen, dessen Vertrag ausläuft, damit wir diese ablösefrei verpflichten können. Hier ist die derzeitige Fähigkeit bei 2 Sternen, damit wir auch Talente finden und die potenzielle Fähigkeit bei 3 Sternen, weil wir auch dort bereit sind, ältere Spieler zu verpflichten, die natürlich kein großes Potenzial mehr haben. Somit habe ich auch das Alter hier auf 32 Jahre hochgeschraubt. Wichtig ist jetzt hier, wir müssen auf die weiteren Kriterien klicken, denn hier habt ihr noch die Möglichkeit, einige Sachen hinzuzufügen. Zum Beispiel dann der Vertragsstatus, was wir hier gemacht haben. Und dann könnt ihr zwischen verschiedenen Dingen wählen. Wir sagen, auslaufend 6 Monate, vielleicht geht man sogar auf ein Jahr, macht sogar noch mehr Sinn. Dann habt ihr nämlich die Spieler schon frühzeitig auf eurer Liste, dessen Vertrag dann irgendwann ausläuft. Ihr könnt dann in der Winterpause immer schauen, welche Spieler dort zur Verfügung stehen, die ihr dann vertragslos vielleicht verpflichten könnt. Hier sind auch zwei Scouts, die ich mir übrig gelassen habe. Falls ich kurzfristig noch nach Talenten schauen möchte, habe ich alle restlichen Scouts auf die Suche nach Talenten geschickt und habe das auch variiert nach Nationen, Regionen oder auch verschiedenen Ländern. Dort ist es so, bei den Ländern, wo ich mir viel verspreche und denke, dass wir auf jeden Fall gute Talente finden, ist der Scout nur in einem Land auf der Suche, weil ich der Meinung bin, desto kleiner der Scouting-Fokus, desto besser das Ergebnis letztendlich. Deshalb ist hier Brasilien, Argentinien, Dänemark, Portugal und die Niederlande, müsst ihr irgendwo dabei sein, die habe ich alle eben in ein Land geschickt. Dort ist es auch so, dass wir in Portugal, Niederlande, Belgien das Alter auf 24 Jahre hochgeschraubt haben, weil das gute Ligen sind in Europa, wo die Spieler auch noch in einem höheren Alter in der Liga verbleiben könnten. In Ländern wie zum Beispiel Asien gehe ich davon aus, dass die Spieler, die Top-Talente mit 19 Jahren schon alle aus dem Land draußen sind. Deshalb haben wir das Alter dort runtergeschraubt und hier haben wir auch den Bereich vergrößert. Japan, Iran, Saudi-Arabien, Südkorea und China, das sind so die Länder, wo ich am ehesten von ausgehe, dass wir auch gute Talente finden können. Dann haben wir hier bei Südosteuropa eine Region gewählt, könnte man dann auch noch mal ein bisschen anders variieren, kommt auch immer darauf an, welche Scouts man zur Verfügung hat, hat man jetzt für die verschiedenen Länder dort auch gute Scouts, kann man das vielleicht auch ein bisschen einteilen. Aber letztendlich ist das die Einteilung, die ich hier bei 17 Scouts gemacht habe. Je nachdem, wie viele Scouts ich zur Verfügung habe, wenn es weniger sind, muss ich die Mitarbeiter natürlich so einteilen, dass wir mehr Scouts in Regionen schicken, weil es einfach anders nicht handelbar ist. Haben wir mehr Scouts, können wir speziell noch mal in bestimmten Ländern schauen. Hier ist momentan kein Scout in Afrika auf der Suche, da würde ich auch noch einen Scout tatsächlich hinschicken. Wenn wir einen Scout mehr zur Verfügung haben, der sich dort auskennt, ist das auf jeden Fall eine Region, die ich auch abgedeckt haben möchte, denn letztendlich will ich in der Scouting-Abdeckung hier so viele Länder wie möglich auch abdecken, damit wir überall in der Welt nach Talenten suchen können. Eben habe ich hier gar nicht Nordamerika, glaube ich, ausgesprochen. Da haben wir tatsächlich auch die Top-Nationen Kanada, USA, Mexiko und Jamaika gewählt. Und ja, den Rest müssen wir dann irgendwann in der Zukunft versuchen abzudecken, damit wir überall auf der Welt die besten Spieler finden. Bei der Entscheidung, ob ich in einem Scouting-Auftrag mehrere Länder wähle oder sogar in Regionen, hängt es immer davon ab, ob in dieser Region die Länder etwa gleich stark vom Niveau sind oder ob dort der Niveauunterschied recht groß ist. In Asien ist es eben so, dass Japan, Südkorea, China, das sind halt die Top-Länder. Da gibt es aber auch Länder, die absolut nicht auf dem Niveau sind und dort lohnt es sich einfach gar nicht zu scouten. Und deshalb ist es dann besser, die Länder so auszuwählen, als in der Region zu suchen, wo der Scout dann Zeit verplempert mit Ländern, wo sehr wahrscheinlich der Scout nichts findet. Deshalb gehen wir dort spezifisch dann auf die Top-Nationen rein, damit wir einfach eine bessere Wahrscheinlichkeit haben, die besten Spieler zu finden. Wir gehen jetzt noch einmal die erweiterten Kriterien durch. Hier könnt ihr noch verschiedene Dinge einstellen, um eure Filter zu verfeinern. Einmal, wenn ihr nach einem Spieler für eine bestimmte Position sucht, könnt ihr zum Beispiel die Größe auswählen. Das ist bei einem Stürmer-Innenverteiger ganz interessant. Bei einem Flügelspieler könnte der starke Fuß interessant sein. Oder bei einem Sechser- oder Innenverteiger, je nachdem, was deine Taktik von dem Spieler will, ist vielleicht auch noch die Spielereigenschaft wichtig. Wenn ihr sagt, okay, in meiner Taktik ist wichtig, dass die Innenverteiger den Ball aus der Defensive tragen oder dass unser Sechser die Bälle sich weit hinten holt, dann könnt ihr gezielt sagen, dass wir nur Spieler mit dieser Spielereigenschaft suchen. Ansonsten, wenn es eher allgemeiner sein soll, könnt ihr mal schauen, gibt es Spieler, die unzufrieden sind oder zu wenig Einsatzzeiten bekommen. Dann könnt ihr hier auf tatsächliche Einsatzzeiten gehen und sagen, das sollen Spieler sein, die maximal Rotationsspieler sind. Denn dann haben wir die Chance, dass der Verein bereit ist, den Spieler günstiger abzugeben und der Spieler auch den Verein vielleicht verlassen will. Oder wenn wir generell nach Spielern suchen wollen, die unzufrieden sind im Verein, können wir hier auf Mannschaftsgefüge, Moral oder Zufriedenheit gehen. Dann können wir sagen, okay, wir möchten zum Beispiel nur Spieler suchen, die unzufrieden sind, denn die sorgen dafür, dass die den Verein verlassen können und wir haben die Chance, diesen dann auch günstig zu bekommen. Wir können nach Statistiken gehen, zum Beispiel dann den Notenschnitt wählen, was immer für einen allgemeinen Scouting-Filter ganz interessant ist, um vielleicht in den Top-Nationen auch Spieler zu finden, die gut performen. Oder wir sagen bei Offensivspielern, wir möchten hier Spieler finden, die auch gute Scorer-Werte haben. Wenn ihr einen Verein habt, wo ihr nicht so viel Budget habt, dann ist auch noch ganz interessant, das Gehalt einzugrenzen. Zum einen sucht euer Scouts nur nach Spielern, die auch für euch bezahlbar sind. Damit könnt ihr auf jeden Fall den Scouts viel Zeit einsparen und findet schneller eure Spieler. Und ihr habt auch direkt natürlich die Spieler, die für euch überhaupt in Frage kommen. Und das Letzte, was eigentlich mit das Interessanteste ist, ist die Nationalmannschaft. Und zwar gibt es einen Scouting-Filter, den ich euch in mehreren Videos schon vorgestellt habe. Und das ist ein Filter, den ich hier im Scouting-Fokus auch immer in einem Auftrag mit drin habe, den ich euch zuvor noch gar nicht erwähnt habe, den wir nämlich hier vergessen haben. Und zwar ist das, ihr geht, ist Nationalspieler auf A-Nationalspieler und dann soll der Spieler maximal 19 Jahre alt sein. Derzeitige Fähigkeit könnt ihr sogar hier auf einen halben Stern heruntersetzen. Potenzielle Fähigkeit könnt ihr auf vier Sterne setzen. Und dann sucht euer Scout auf der ganzen Welt nach den Nationalspielern, die maximal 19 Jahre alt sind. Wenn ein Spieler mit 19 Jahren schon Nationalspieler ist, dann ist es mit Sicherheit ein sehr großes Talent. Ihr findet da häufig Spieler aus ganz kleinen Ländern, was aber dafür sorgt, dass diese Spieler wahrscheinlich auch unfassbar günstig sind. Und so habt ihr eine Riesenchance, die besten Talente der Welt zu finden und vor allem auch sehr, sehr günstige Talente auf dem Transfermarkt zu finden. Deshalb würde ich diesen Filter tatsächlich immer nutzen und durchgehend laufen lassen. Das war es dann jetzt schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Wenn es sonst noch was gibt, was ihr gerne sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, um weitere solche Tutorial-Videos zu sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.